Du hörst dich gerne reden. Ja, feier ich, Bruder. Fühl ich. Bin gar nicht mehr so auf dem Deutschrap-Grind unterwegs, dass ich mir alles reinziehe, weil ich nicht mehr so viel Substanz im Rap sehe so. Was war der erste Deutschrap-Song, den ihr jemals gehört habt, Freunde? Dynamite Deluxe damals. Azad war richtig krass. Mama und Embryo-Album. Hatte ich auch das Gefühl, da ist einer, der spricht mir einfach aus der Seele. Ansage Nummer zwei. Long Island Eistee und so. Manu Elsen kam dann auch schon, welche Worte mich am meisten geprägt haben in meiner Zeit. von Eric Thomas. Tufan, du bist echt der Hammer, Digga. Ich schwöre dir. Das ist krass. Du wartest nur, habe ich das Gefühl, wenn ich live komme. Ist schon echt schön. Echt schön zu sehen, so dass du immer da bist, Bro. Wirklich. Ich küsse dein Herz, Bruder. Sag Bescheid, Bruder, wenn man dir irgendwann mal was Gutes tun kann, so. Für den Support. Hättest du dir das auf jeden Fall verdient, so. Wenn du irgendwas machst oder so, weißt du, wie ich meine, öffentlichkeitsmäßig oder so, wenn ich dir mal einen Shoutout geben soll oder irgendwas anderes. Ähm. Bro, ich bin da. Schreib nur in den Chat rein. Dich sehe ich sowieso immer. Die Livestreamy-Vibes. Ich habe Bock gehabt, kurz live zu gehen. Also, was trinkst du für einen Tee? Ich trinke einen Mischtee. Ich mache immer zwei Teesorten rein. Ich habe hier Teekanne erstmal. Die Marco auf jeden Fall. Beide sind von Teekanne. Und der eine ist ein Earl Grey. Die Earl Grey-Vibes. Und das andere ist ein Minztee. Oft nehme ich aber auch Grüntee. Grün und Earl Grey. Oder Grün und Minze. Und natürlich auf jeden Fall, auf jeden Fall immer so Ingwerstücke. Möhmen Shee... Sheeha De. Möhmen Sheeha De. Ich küsse dein Herz auf jeden Fall. Er schreibt, ich gucke deine Videos, seitdem du 5K hast und auf der roten Couch Videos gedreht hast. Und an der Tafel. Ich feiere einfach deine Vibes und die Art und Weise, wie du drauf bist. Bleib so, wie du bist. Thank you very much, Bro. Ich küsse dein Herz, Digi. Danke auf jeden Fall für den Support. Und krass, dass du schon so lange dabei bist, wenn du so überlegst, ne? Das ist jetzt... Ich gucke mal ganz kurz, wann... Müsste jetzt schon mindestens 4 Jahre her... Nein, mehr. 5, oder? Warte mal, ich gehe mal auf meinen Kanal. Videos. Du kannst doch filtern hier. Älteste zuerst, genau. Tafel-Vibes 7 Jahre her, Bro. Krass. Du bist einfach 7 Jahre Teil meiner Community. Das ist schon wild, wenn du überlegst, ne? Leute sind teilweise 7 Jahre dabei. So. Von Anfang an, quasi. Es gibt Leute, ich habe einmal ein Fitnessstudio getroffen. Der hat, ähm, mit 13 angefangen, meine Videos zu gucken. Hat mir gesagt, dass er durch mich angefangen hat mit Fitness, so. Und, äh, den habe ich getroffen, als er 18 war. Und er ist so mitten im Leben. Groß, breiter Motherfucker, so. Der sagt, du hast mich begleitet, so auf dem Weg. Zum Mann, quasi, so. Das ist schon krass, Bro. Also, wenn ich so das... Das für mich selber überlege. Erstmal wird mir dann bewusst, wie alt ich selber schon bin. Weil ich fühle, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich fühle mich manchmal wie 16. Nicht 16, aber 18 ungefähr. Und, ähm, dann so zu merken, Bro, dass du eigentlich schon, dass du einen, einen Jugendlichen zum Mann quasi begleitet hast mit deinen YouTube-Videos, so. Ist eine wilde, also ist eine wilde, ist eine, ist auf jeden Fall eine wilde, so, Sache. 0,7 Jahre damals geguckt, wie man Kalorien berechnet. Seit denen habe ich mit Sport richtig begonnen. Voll nice, Bro. Oh, richtig geil, Digga. Ich schwöre, ich werde auch irgendwann, werde ich mal so, dass die, die Leute auch, die so schon so lange dabei sind, irgendwas werde ich euch auch irgendwie Gutes tun. Aber auch, will ich euch gerne auch irgendwann mal sehen, so. In real life, weißt du, dass man mal irgendwas organisiert, so. Und für die, für die Leute, die auch Bock darauf haben, natürlich auch für neue Leute, so. Aber ich habe echt Lust, auch mal ein paar Leute zu sehen, einfach von, ähm, ja, Digga, einfach die Leute mal auch in real life zu sehen und zu spüren, die schon so lange dabei sind und was man vielleicht auch schon für Gemeinsamkeiten dann entwickelt hat und so. Das ist schon krass. Das will ich auf jeden Fall irgendwann möglich machen, so. Du hörst dich gerne reden. Ja. Feiere ich, Bruder. Fühle ich. Ich höre mich echt gerne reden. Ja, Mann. So Menschen, es gibt ja Menschen, die sich nicht gerne selber auch hören und so, ne. Ich höre mich gerne selber. Ich kenne viele Menschen, die sagen so, ah, nee, ich will meine Stimme gar nicht selber hören und so. Also früher natürlich, wo ich angefangen habe mit Social Media und so, da war ich auch noch ein bisschen so. Weil du halt, wenn du dann das erste Mal vor der Kamera stehst oder das erste Mal einen längeren Talk irgendwo rauslässt, weil du halt nervös bist und so und deine Stimmlage sich sogar vielleicht verändert und du dich vorher noch nie richtig selber gehört hast auch und so, dass es erst mal komisch wirkt, ist normal. Aber, ähm, ich höre mich auf jeden Fall mittlerweile, also das hat auch nicht lange gedauert, bis ich mich selber gefeiert habe, so. Ist auch wichtig. Also wenn du dich nicht selber gerne siehst oder dich selber gerne hörst, dann ist es auch schwer, so Social Media auch durchzuziehen, so. Weil du wirst ja immer wieder damit konfrontiert mit dir selber, so. Weil du ja Videos machst und so. Und wenn du Videos machst und die dir selber gerne nicht mehr anguckst, so, dann, hm, will ich es nicht. Also ich finde es schon gut, wenn du dich selber feiern. Also du musst dich so oder so, finde ich, dass du dich selber feiern musst. Egal, ob du jetzt Social Media machst oder nicht. Schon gut, wenn du dich selber gut findest. Das ist so der, das ist wichtig. Tommy G. Jackson it in, man. Was geht ab, Bruder, Alter? Stößchen. So. Toss auf die Realness, Diggi. Hoffentlich bald wieder Mario Kart, Bro. Ich habe meine Nintendo Switch drüben in Mexiko, Bro. Ich habe, ich finde meine Elgato Stream. Ich finde diese, ich finde diesen, kennst du diesen Adapter? Du kennst den ja. Das ist wie so eine Grafikkarte, aber in extern. Und wenn ich die finde, wenn nicht, dann bestelle ich mir eine neue. Einfach. Und dann werde ich auch das, werde ich vielleicht auch mal drüben in Mexiko ein bisschen Mario Kart zocken. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen zusammen. Das ist der neue Flex, bald glücklich zu sein. Flex it in, man. Wie ist es, yo. Capture Kart, genau. Oh, Jemmo, du hast es zerfasst, Bro. Capture Kart. Elgato Capture Kart. Zockst du eigentlich Fortnite? Ne, habe ich noch nie gespielt, Bro. Junior. Fortnite hat mich nicht gecatcht, irgendwie. Fand ich zu, ich weiß nicht so. Ich bin auch nicht so der Zocker-Typ. Ich bin so FIFA und Mario Kart. Das ist aus meiner Jugend einfach hängen geblieben, was ich immer wieder gerne auch spiele, so. Bin ich so der Typ, der jetzt so irgendwie neue, neue, neue Games abcheckt und dann neue Spiele ausprobiert und so. Ich spiele lieber im Real Life, Brodi. Musu, 100% was verpasst. Musu hat abgerissen. Geil. Check ich mal ab. Ich muss sagen, ich check gar nicht mehr so viele neue Musik ab. Ähm. Weiß ich nicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin gar nicht mehr so auf dem Deutschrap-Grind unterwegs, dass ich mir alles reinziehe. Ich war auch, letztens habe ich gesehen Hip-Hop.de Awards. Irgendwie Newcomer-Original kannte ich zwei von denen oder so. Ich bin gar nicht mehr so auf dem aktuellen Trichter irgendwie. I don't know. Ich habe halt viele neue Musikgeschmäcker für mich auch nochmal intensiver, äh. Bin ich nochmal intensiver reingedippt an der Stelle. Also Latino-Style, weißt du? Viele Latinos neu entdeckt auch drüben in Mexiko, die ich mir gerne reinziehe. Dann auch dieser England-Drill-Grind gefällt mir brutal. Da bin ich auch regelmäßig auf den Seiten und check so ab, was da Neues rauskommt. Ähm. Ami-Shit auch nicht mehr so krass. African Vibes auf jeden Fall auch immer noch am Start. Gucke ich auch immer mal wieder rein, so. Ja. Hat sich ein bisschen entwickelt, so der Musik, äh, der Musikgeschmack so irgendwie. Das kann auch nur eine Phase sein. Vielleicht catcht mich Deutschrap mal wieder richtig krass. Schon lange her, wo ich so richtig diesen Film gespürt habe, so. Weil es auch alles, wenn du in der Generation wie ich, wenn du so groß geworden bist, mit Deutschrap-Anfänger auch mitbekommen hast, so. Und dann auch so Haftbefehlzeit, Hatta, dies, das. Kurdu damalige Zeit und so war halt ne, ne, ne sehr, ne sehr, ähm. Ähm, davor auch, Asad-Zeiten, Motrip hat mich krass geprägt und so, Savash, Sammy Deluxe, sind halt alles so Sachen, die haben noch irgendwie ein bisschen mehr so, ich weiß nicht, also sind bei mir auf jeden Fall deeper reingegangen, so, dass ich Bock hatte, mich da so richtig reinzusteigern, so. Heutzutage fehlt ein bisschen so dieser, dieser, also bei mir ist die Lust nicht mehr so richtig da, weißt du? Bei mir ist die Lust nicht mehr so richtig da, da reinzudippen, weil ich nicht mehr so viel Substanz im Rap sehe, so. Weißt du, ich sehe da nicht mehr so viel, so viel geile Sachen, wo ich sage, so, ja, Mann, da muss ich mich jetzt rein, das gibt mir auch was, so. Kann auch sein, dass ich älter geworden bin, weiß ich nicht. Also, natürlich bin ich älter geworden, aber kann sein, dass es daran liegt, weißt du, was ich meine? Was war der erste Deutschrap-Song, den ihr jemals gehört habt, Freunde? Schreibt mal in den Chat rein, wird mich interessieren. Ich überlege gerade, ich überlege gerade selber für mich so. Also, was so der erste Deutschrap-Track war, den ich gehört habe. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich noch ganz klein war, habe ich die Schlümpfe gehört, die Schlümpfe, gab so eine CD, da haben die auch so teilweise gerappt, glaube ich, ne? So, die Schlümpfe, Digga, ich weiß noch ganz genau. Aber die erste Deutschrap, die erste Single, die ich mir, ich habe auf jeden Fall mit, mit, ähm, mit internationaler Musik angefangen, Rap zu hören, so. Auch nicht jetzt mit diesen ganz, also so, meine erste Maxi-CD war Eminem Stan. Das war meine erste Maxi-CD, die ich mir selber gekauft habe, so. Limbiscuit Rollin habe ich mir dann auch gekauft. Und, ähm, dann kam bei mir, ich glaube, ich weiß nicht, ob Puck vor, vor, ich weiß nicht, ob Puck davor kam, aber ich habe auf jeden Fall so im Kopf bei mir, Samy Deluxe kommt immer wieder so, ist voll schwer für mich, Mann, ich bin auch, äh, habe mir damals auch in den Jahren wahrscheinlich auch ein paar Gehirnzellen weggekifft, wo das gespeichert war, an der Stelle. Aber ich glaube, Dynamite Deluxe damals, da kann ich mich erinnern, Ferris MC habe ich mir auch reingezogen. Ja, ja, so, massive Töne, Digi, wer weiß noch, massive Töne, Bro. Bushido, alles verloren, Fanta 4, Dida, Azad, all for one, Bushido und Flair, weil, wer will Krieg, war das eher cool, Savas Optik, ey, Savas habe ich auch ganz schön, ganz schön früh auf dem Schirm bekommen. Stimmt, Lutsch mein Schwanz auf jeden Fall, habe ich brutal gefeiert, habe ich im Discman gehabt, Discman oder Walkman, ich weiß, ich habe auf jeden Fall Walkman erst gehabt mit Kassette und dann Discman. Ich weiß noch, das hat mich immer abgefuckt, weil ich habe immer dann da schon oft cool gemacht, so mit so Karl-Kani-Anzügen und so, weil meine Mutter in der PX gearbeitet hat, also da, wo die Amis, da, wo die Amis sind. Und dann haben die schon so die krassen Karl-Kani-Anzüge, habe ich schon damals gerockt und so und dann habe ich die, so meinen fetten Discman einfach so in die Tasche reingesteckt. Das war dann immer so schwer beim Laufen und hat diesen ganzen Flavor kaputt gemacht von den Anzügen, Digi, scheiße, Alter, krass. 2009 Fahrt, Junge ohne Herz, Gemmo, Azad, all for one, Sido, Agro Berlin, Digi, oh, Agro Berlin war auch krass, Digi, die Ansagen, Digi, Agro Berlin, Agro Berlin, ich weiß noch. Ach, krass, crazy Zeiten, man, crazy Zeiten. Azad, wo ich Azad das erste Mal entdeckt habe, bin ich da, bin ich auch ganz lange nicht mehr weggekommen von dem Film. Das war brutal, ich schwöre dir, da habe ich so das Gefühl gehabt, der spricht mir einfach aus der Seele, so, so wirklich, so, das ist krass. Azad war richtig krass, danach hatte ich das nochmal bei Motrip, sage ich dir ehrlich, wie es ist, Mama und Embryo Album, hatte ich auch das Gefühl, da ist einer, der spricht mir einfach aus der Seele. Und Sammy auch damals mit diesem Bäumen, äh, Wald voller Bäumen, wie hieß der Song nochmal? Ansage Nummer zwei, irgendwie so, Agro Berlin, Agro Berlin, Agro Berlin, das ist krass. Ich schwöre, ja. Haftbefehl auch, oha, Digi, Haftbefehl, da war ich schon so ein bisschen älter, aber ey, Bro, ich konnte denen seine Songs komplett auswendig. Ich konnte denen seine Songs komplett auswendig, aber das war halt nicht, ähm, das war halt nicht, äh, das war halt nicht so, also bei, das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, der spricht mir aus der Seele, so, weil das war schon auf jeden Fall dreckiger, so. Aber, ähm, der hat einfach die, der hat einfach gecatcht, so, mit seiner Art und Weise und mit den Songs und ich weiß noch, mit Jonesmann war ja das erste Video da unter der Brücke, Halt die Fresse. Und Jonesmann hab ich vorher schon hart gefühlt und gefeiert, so. Jonesmann war auch einer derjenigen, die ich richtig krass gefühlt, Long Island Eistee und so. Und auch mit Blaze damals, die Songs, der hat sogar ein ganzes Album mit Blaze gemacht, glaube ich, steig ein und, äh, was gab's noch für Songs? Da gab's auch krasse Dinger. Manu Elsen hat mich dann, Manu Elsen kam dann auch schon kurz danach bei mir auf dem Schirm mit seinem zweiten Album, glaube ich, Geschichten, die das Leben schreiben. Geschichten, die das Leben schreiben und so und da war ich auch zu der Zeit mit einer, mit einer, ich hab eine Freundin gehabt, so, ich war mit einem Mädel unterwegs und so und dieses Geschichten, die das Leben schreiben, der Song auch von dem Album. Also der, der gleichnamige Song hat auch so eine Story erzählt, so, mit Bruder und Freundin und dies, das und so und das hat mich dann auch voll gecatcht, so. Manu Elsen war auch, also der hat mir auch krass aus der Seele gesprochen oft, so. Vorhin hat einer, vorhin hat einer gefragt, ähm, welche Worte dich, also wem, von wem, welche Worte mich am meisten geprägt haben in meiner Zeit. Da muss ich ganz klar sagen, in meinem Leben am meisten geprägt, die Worte haben mich von Eric Thomas, so. Äh, der Hip-Hop-Preacher, also der hat mich, der hat mich so krass beeinflusst in meinem Leben, das ist unfassbar. Der hat mich durch so viele harte Zeiten begleitet, der hat mich durch so viele schwere Zeiten mitgenommen, durchgenommen, so. Durch seine Worte habe ich es geschafft, durch diese Zeiten durchzukommen, wo ich wirklich am, so, am struggeln war, auch mit Ängsten und so und auch damals, egal was war, ob ich Prüfungsangst hatte oder vor irgendeiner Situation Angst hatte oder so, ich musste mir nur Eric Thomas reinziehen und dann konnte ich alles schaffen. So, krass. Und Geschichten, die das Leben schreiben, eines der underratedsten Alben, ja, ist ein ganz krasses Album, ganz krasses Album. Und was ich auch, welches Album ich auch richtig geil finde, ist dieses, wo der auf dem Motorrad sitzt mit, mit Rot, Weiß, ich glaube, das ist Gangland, glaube ich, wo der Song, ähm, Es gibt einen Song, das ist mit Farben zusammen, einer meiner Lieblingssongs von Manuelsen, wo ich einfach jedes Mal wieder so Gänsehaut bekomme und so, 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 das ist krass. Manche Songs geben mir so viel Energie und so viel Kraft, das ist crazy. Wie heißt denn der Song nochmal? Was tot ist. Das war geil. Oh, Bro. Bro. Manuelsen ist heftig, Digga. Farben war früher, ja, Farben war krass. Also Farben und was tot ist, sind, glaube ich, meine Manuelsen und Messerstich sind meine Manuelsens Lieblingssongs. Obwohl, dieses ganze R'n'B-Album auch, M. Bilal, dieses ganze R'n'B-Album war auch Soul Edition, genau, M. Bilal Soul Edition. Uh, uh, da ist fast jeder Song ein Hit. Hätte das Ding paar Jahre später rausgebracht, eins. Bruder, kennst du Playboy 51? Bruder, Tufan, willst du mich verarschen, Bro? Normal, Diggi. Playboy bester Mann. Bester Mann. Komm, lass mal auf Playboy 51 bei TV Total reagieren, Alter, oder? Shit, Digga, das ist geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.